Ja, wir haben es gehört, bei dem Besuch damals vor 31 Jahren hat sich alles um der Einer gedreht. Bei uns im Studio ist unser Kommunikationsexperte Georg Waffstein, herzlich willkommen. Wenn jetzt Prinz Charles mit Camilla an seiner Seite nach Wien kommt, wird sich dann eher mehr auch um ihn drehen? Da mache ich mir diesmal weniger Sorgen um ihn. Also Camilla und Prinz Charles sind ja, sage ich mal, vom charismatischen Level her ähnlich, sind nicht beide unbedingt die Spannendsten. Ich glaube, das steckt natürlich auch in diesem tiefen Adel drinnen, wenn man mit wahnsinnig viel Etikette aufwächst, mit unglaublich viel Vorschriften aufwächst, dann tut es der charismatischen Ausstrahlung selten gut, wie der Name Etikette schon sagt, da wird was außen draufgeklebt. Da tut man sich dann ein bisschen schwer mit Ecken und Kanten. Also ich glaube, die werden sich diesmal nicht sehr im Weg stellen. Der Unterschied zu damals ist der einzige und allein dem Charisma von der Einer zu verdanken oder ist da nicht auch mittlerweile schon sehr viel Mythenbildung dabei? Das kommt natürlich irgendwann dazu. Lady Diana war aber natürlich schon eine, die sich herausgetan hat, eine wahrscheinlich der strahlendsten, beeindruckendsten Frauen der Welt. Und was an ihr sehr interessant ist, das ist auch eine Entwicklungsgeschichte. Lady Diana war am Anfang durchaus ein bisschen steif, ein bisschen plump, wurde sie sogar manchmal beschrieben. Und man sagt, und viele Quellen berichten, dass das sie wirklich auch Trainings gemacht hat, Rhetorik, Schulungen, Auftritt, wie man den wirklich richtig gestaltet. Also sie hat sich tatsächlich entwickelt und ist da wirklich auch sehr, sehr weit gekommen. Jetzt ist das Charisma von Charles und Camilla überschaubar, wie Sie sagen. Trotzdem ziehen die beiden die Menschen an. Wie ist das wiederum zu erklären? Hat das mit dem Adel zu tun? Ja, großes Kino. Also wenn man jetzt, egal ob das die adelige Familie von Lady Diana, die Spencers waren oder die Familie von Camilla Parker-Powles, das sind ja, da könnte man ganze Kinofilme abendfüllend bestreiten damit. Da gibt es große Intrige, da gibt es alle möglichen Geschichten. Das finden wir natürlich spannend, das ist großes Kino. Wenn Brautkleider mal hunderttausende Euro kosten, die halt das Volk bezahlt, dann macht das natürlich auch viel Glanz und Glorie. Und das finden wir immer irgendwo anziehend. Was für uns ein bisschen tröstlich ist, wenn die sich dann scheiden lassen oder wenn die Ärger haben, dann sitzen wir natürlich zu Hause und sagen, schau, der Hüfteute ist nichts, sind auch nur Menschen. Das ist ein bisschen für die Psyche auch. Für Camilla ist das ja trotz allem auch nach diesen vielen Jahren nicht so ganz einfach, weil sie ständig, auch jetzt bei uns im Gespräch mit ihrer quasi Vorgängerin, von der Sintiana, verglichen wird. Kann man denn überhaupt als Frau in so einer imposanten Persönlichkeit wie der einer nachfolgen? Oder muss man dann einfach seinen eigenen Weg finden und sagen, ja, in die Fußstapfen kann ich nicht steigen? Also ich habe manchmal den Eindruck, ich glaube, es ist ja relativ wurscht, wenn man so schön sagt. Ich glaube, sie hat keinen großen Antrieb, da sich wirklich gleich zu tun. Ich habe das Gefühl, die beiden sind glücklich, so wie sie sind. Ist ja auch ein schöner Zustand, man darf nicht vergessen, die kennen sich ja auch schon sehr lange. Und natürlich kann man Charisma entwickeln, man kann natürlich Begeisterung entwickeln. Das ist ein Training, so wie man nicht von heute auf morgen Dancing Star wird. Hartes Training. Das ist auch hartes Training. Wenn man es aber nicht will, dann tut man es nicht. Und ich habe den Eindruck, die hat da keine großen Ambitionen. Und geht ihren eigenen Weg. Schaut so aus. Wir werden sehen, was dieser Besuch bringt. Herzlichen Dank für die Analyse, Georg Waffnick und das Besuch. Danke fürs Studio. Danke. Danke. Vielen Dank.